Ja, wo man das so wieder sieht, schade. Also für mich unbeschreibbar eins der elegantesten Flugzeuge, die hier gebaut wurden von der Form her. Unglaublich schön, das Teil. Absolut, ja. Gut, 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 gut. Das ist ja hier um die Ecke, da kannst du fast hinlaufen. Heimlaufen? Ja. Da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen, einfach nur das schöne Flugboot genießen, oder? Ja, wollte ich auch gerade, also dieses schöne Flugboot. Schauen Sie mal die eleganz hier, die super-spartosche Flug. Das ist gar nicht mehr. Stellst du einen Weg? Das war jetzt am Bau. Denk einmal an den Stuhl da drin. Ja, und was zu trinken brauchen wir auch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist so gut zu sein. Das ist so gut. Das ist ungefähr ein Gift. Das ist so gut. Da geht es. Genau. Da geht es. Der Junge Vielleicht können Uli mal einen kleinen Zwischenapplaus schon mal für diesen Unterschied. Ich habe einen Papi und Hibs davon. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018